wir zünden grand prix sonne riesen sonne mit vierfach farb und pfeifeffekt die ist jetzt schon so alt bzw schlecht gelagert ich glaube die wird nicht mehr funktionieren aber wir versuchen es mal so wir hatten heute schon mal eine gezündet die hatte total versagt noch mal gucken ja das ist natürlich wenn ich schon so ein bisschen älter sind weiß auch nicht wie die behandelt worden sind ob die immer schön gestreichelt worden sind und so weiter und so fort aber gucken wir mal ich glaube die war noch mal früher unter den namen hellenrad an geht's ja so 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 Ja, wenn es Gold ist, dann ist es eigentlich blau dabei. Es ist eine wunderschöne Sonne. Die ist doch besser wie das Höllenrad. Aber das Blau ist schon so schwach, diese Phase, dass es leider nicht mehr wirklich funktioniert. Also sie dreht sich zwar noch, aber wenn die tipptopp ist, dann glaube ich, ist sie richtig geil. Ja, das Pfeifen, ich mag eigentlich gar keine Pfeifen. Und ich finde auch hier, wenn der Effekt hier richtig kommen würde und noch mehr Goldfunken hätte, dann wäre die sogar schöner ohne Pfeifen. Aber geile Zeug. Cool stuff.